Weiter geht's Schein scheint bisher nur er zu sein Eieiei Na toll Oh mein Gott, ja Alleine schaffe ich halt auch gar keinen Troll Das sind zu viele Das schafft man nicht alleine Ich tue die KI so dumm, dass sie da hinten verrecken muss So zwei Meter vor dem Huhn Boah Gott, ich hole mir immer mehr Nein, gut, die kann aber auch nicht einmal blocken Das geht jetzt wenigstens das Huhn holen, ey Geht doch Ah, die Steuerung wieder, ne Ah, die Steuerung wieder, ne Mein Huhn, mein Huhn Kannst mir auf die Nase hauen Oh, jetzt kommen die erstmal Sie muss das Huhn auf jeden Fall kriegen Die muss gleich den Schaden abfallen Ah, hier ist auch natürlich gar nichts Mein Gott sind die unfähig Aber so ist es auch gut Die bohren sich jetzt gleich wieder aus dem Boden raus Und weiter jetzt Und das andere Huhn Und das andere Huhn Gott Voll Energie Und noch eine Gruppe Ha, da bist du ja eigentlich Wer bist du? Niemand besonders Wichtig ist nur, dass du Herr Chimishima bist Dann zeig mir, auf welchem Holz du geschnitzt bist Machen wir doch gerne Ach, es ist Sandpool Haben wir auf jeden Fall schon mal ein Ei Oh, fängt schon wieder an Das gibt's nicht Ich schwöre, ich schreie gleich Das ist so behindert Das ist so behindert Man kann doch nicht mal so einfach weglaufen Ich hasse es Okay Warum machen Entwickler Ich spiele so unnötig schwer Ich spiele so unnötig schwer Perfekt Die Stage an sich geht ja wirklich relativ schnell. Der Endbox ist so dermaßen im Balance, der chargst auf und man kann ihn einfach nicht mehr treffen. Okay. So weiter gehts. Wir haben ungefähr gleich viel Energie, da kann ich das auch nehmen. Die Blume ist so gut, wenn der Moment ist, aber das ist einfach nicht mehr. Wie ist die Blume? Die Blume ist so gut, aber das ist doch nicht so gut. Und jetzt geht's das Blume. Der Endbox ist so gut. Die schwimmen ihr. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier werde ich immer wieder erwischt. Oh, und noch mal. Oh ja, ich liebe es. Ach so, ach so. Ach so. Das gibt's nicht, ey. Das ist wirklich super schwer. Das müsst ihr echt mal gespielt haben. Entweder greifen die dich von hinten an und du kannst nicht blocken. Oder greifen die dich von vorne an und zieht eine endlose Kombo durch die Kameraperspektive, weil es mir nicht überall blocken soll. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer.